Also ich finde das Filmstar-Sein echt klasse. Ich meine, wir wohnen hier in einem Vier-Sterne-Hotel und können die leckersten Sachen der Welt essen. Hier Grace, probier mal diese Garnelen. Einfach himmlisch. Filmstars, wir. Wir haben eine Szene und die geht gleich gehörig schief. Wir haben echt Pech. Da wäre ich mir nicht so sicher. Was meinst du? Na, ich weiß nicht, ob es wirklich Pech ist. Hört, hört. Sherlock Leonie ist wieder am Kombinieren. Ach, der Baseballschläger war also auch Pech. Tut mir leid, Leonie. War nicht so gemeint. Schon gut. Ja, aber was meinst du denn nun? Na, genauso wenig wie ein Baseballschläger so vom Himmel fällt, taucht doch eine Schlange einfach so auf, oder? Schon gar keine Boa. Woher weißt du das? Ich meine, was stört dich an der Schlange? Hier in der Wüste gibt es doch eine ganze Reihe Schlangen, oder nicht? Ja, Klapperschlangen und Nattern. Aber keine Boas. Du meinst also, jemand hat die Schlange dort absichtlich platziert? Liegt doch nah, oder nicht? Wer sollte das gemacht haben? Keine Ahnung. Aber ich denke, jemand, der wollte, dass wir heute nicht weiterdrehen. Aber wer sollte das wollen? Du meinst, dass jemand den Film sabotiert? Sieht ganz so aus. Ich denke, dass ich den Schlag mit dem Baseballschläger nicht bekommen habe, weil jemand mich loswerden wollte. Sondern? Weil ich einfach zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen bin. Den Schlag hätte jeder von uns bekommen können. Aber warum hätte jemand das tun sollen? Weil ich ihn oder sie bei etwas erwischt habe. Also hätte erwischen können, als ich in die Halle kam, wo der Wagen stand. Du meinst, dass jemand gerade dabei war, etwas an dem Wagen zu machen? Als du kamst? Und um nicht entdeckt zu werden, hat er oder sie dir den Schlag mit dem Schläger verpasst? Genau. Aber was könnte der oder die in der Halle gemacht haben? Ich denke, dass der Wagen manipuliert wurde. Ich meine, dass die Achse gebrochen ist, hatte nicht nur mit dem Stein zu tun, über den wir gefahren sind, sondern auch damit, dass der Wagen vorher manipuliert worden ist. Du meinst, jemand hat die Achse angesägt oder so? Ja, genau das meine ich. Der Stein allein kann das nicht bewirkt haben. Hm. Ich glaube, Leonie hat recht. Bleibt die Frage, wer Interesse daran hat, den Film zu sabotieren. Hm. Mir würde da nur eine Person einfallen. Und zwar wer? Na, Sarah Newman. Ich meine, Michael White hat sie so heruntergeputzt, dass ich verstehen könnte, wenn sie sauer auf ihn wäre. Zudem hat Michael White gesagt, dass er sie durch eine andere Schauspielerin ersetzen wolle. Und du meinst, dass Sarah Newman deshalb den Film sabotiert? Naja, Neid lässt Menschen Schlimmes tun. Was meinst du? Na ja, Michael White hat Sarah heute vor allem runtergemacht und gedroht, eine andere Schauspielerin zu holen, die ihre Rolle übernehmen soll. Es kann doch nun gut sein, dass Sarah auf diese Konkurrentin neidisch ist, weil sie eine bessere Schauspielerin ist. Du meinst, sie macht das aus Neid? Zumindest machen Menschen die schlimmsten Dinge aus Neid. Denk doch nur mal an die Geschichte von Josef und seinen Brüdern. Ich meine, die haben Josef verkauft, nur weil er der Lieblingssohn des Vaters war. Ich kann aber schon verstehen, dass die anderen Brüder deshalb sauer auf ihn waren. Der Vater hat ihm ja auch besonders schöne Sachen geschenkt. Tiffy, woher weißt du denn das? Ich kann doch auch mal in der Bibel lesen, oder nicht? Die Geschichte fand ich echt gut. Okay, aber nur weil der Vater ihm schöne Sachen schenkt, verkauft man seinen Bruder doch nicht an Sklavenhändler. Okay, okay. Also was ist der Punkt? Dass Sarah Newman neidisch ist und deshalb den Film boykottiert? Genau. Psst, da kommt sie. Oh, das ist gerade noch mal gut gegangen. Aber sagt mal, wer ist denn das, mit dem sie da gerade kommt? Keine Ahnung. Ich kenne den Mann nicht. Die sehen aber ganz schön verliebt aus. Sie kommt direkt auf uns zu. Hallo ihr drei. Geht es euch gut? Ich meine, besonders Leonie. Ich habe von dem Schlag gehört, den du auf den Kopf bekommen hast. Wer macht so etwas bloß? Das würde ich auch gern wissen. Dem Pferd geht es aber gut, oder? Wie heißt es noch gleich? Ja, Silver Cloud ist in Ordnung. Ihm ist zum Glück nichts passiert. Dann wünsche ich euch dreien einen schönen Abend. Wir sehen uns morgen am Set. Damit drehten Sarah Newman und ihr unbekannter Begleiter sich um und gingen hinüber zu einem anderen Tisch, den ihnen der Kellner zuwies. Also ich gehe dann ins Bett. Ich bin schon müde und möchte noch ein bisschen was lesen. Ja, ich gehe auch. Na, alleine bleibe ich hier bestimmt nicht zurück. Damit standen die drei Mädchen auf und verließen das Hotelrestaurant. Bei den Zimmern angekommen, wünschten sie sich eine gute Nacht und verschwanden jeweils in ihren Zimmern. Leonie lag noch lange wach in ihrem Zimmer und dachte über den Tag nach. Am Morgen waren sie noch so aufgeregt gewesen und hatten sich so auf den ersten Drehtag gefreut. Und dann war alles schief gegangen. Doch noch mehr dachte sie darüber nach, wer Interesse daran haben könnte, den Film zu sabotieren. Natürlich hatte Tiffy recht, dass Sarah Newman einen guten Grund hatte, wütend auf Michael White zu sein. Aber würde sie deshalb den ganzen Film boykottieren? Vielleicht lag der Grund auch ganz woanders. Vielleicht hat es etwas mit dem Film selbst zu tun. Leonie sprang aus dem Bett, lief zur Tür und stand kurz darauf vor der Tür zu Grays Zimmer. Ja, wer ist denn da? Hallo Grace, ich bin's Leonie. Du, hast du noch mal eine Minute Zeit? Ja, Leonie. Was gibt es denn? Ich habe schon... Damit schob Leonie Grace zurück ins Zimmer. Ja, ich weiß, tut mir leid, aber ich muss dich noch einmal kurz sprechen. Ich kann nicht aufhören darüber nachzudenken, warum all das heute passiert ist. Und was habe ich nun damit zu tun? Ja, ich dachte, dass der Grund für die Vorfälle heute vielleicht auch in dem Thema des Films zu suchen ist. Was meinst du? Na, dass jemand versucht, den Filmdreh zu verhindern, weil er nicht möchte, dass dieser Film gemacht wird. Vielleicht, weil der oder diejenige mit dem Inhalt des Films nicht einverstanden ist. Und was habe ich damit zu tun? Na, du kennst dich doch besonders gut mit der Geschichte aus, oder? Ich? Was meinst du? Na, ich dachte, dass du die Sache mit der Mayflower am besten kennst. Kann da etwas verborgen sein? Grace überlegte für einen Moment und begann dann zu erzählen. Naja, also, das war so.